Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Kompakt Kameras, Canon PowerShot A2500. Die Kamera habe ich nun schon einen Monat und sie ist wirklich überraschend gut. Bei guten Lichtverhältnissen macht sie grandios, schöne und schnelle Bilder. Die Kamera bietet zudem viele Effekte, wie Z. B-Farbverstärkungen, Fischhaugeneffekt, Spielzeugkamera, Postereffekt etc. Wodurch sich lustige Fotos machen lassen. Alles sehr leicht einstellbar. Bei jedoch dunklen Lichtverhältnissen sind die Bilder etwas verrauscht. Beim Anschauen der Bilder dreht die Kamera die Bilder automatisch, wenn sie beispielsweise senkrecht aufgenommen wurden. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon.eu, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.deutschland Werbekostenerstattung verdient werden kann. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon.deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020